Hallo, mein Name ist Michael Andrzejewski. Ich bin seit 1999 bei der Firma Heimbach beschäftigt, seit 2011 Abteilungsleiter der Nadelei und Mischerei. Aktuell haben wir 50 Mitarbeiter hier in dieser Abteilung beschäftigt. Sie arbeiten rund um die Uhr und sind Zulieferer der Papierindustrie. Unser Kerngeschäft ist die Papiermaschinenbespannung. Wir stellen Pressenfilze in dieser Abteilung her. Das sind alles Maßanzüge für die Papiermaschine. Und seit diesem Jahr haben wir bei uns ein neues Flächengewichtsmesssystem, um unsere Qualität zu prüfen und kontinuierlich zu verbessern. Vorab hatten wir ein Flächengewichtsmesssystem, welches über radioaktive Strahlung funktioniert hat. Wir sind froh, dass wir diese Strahler und Strahlungsquellen eliminieren konnten und durch dieses Messsystem von HAMA IMS ersetzt haben. Seit 2018 sind wir mit HAMA IMS in Kontakt und haben das erste Messsystem bei uns im Labor installieren können, um unsere Filze zu messen, da das Flächengewicht von Filzen bevor sie zum Kunden geliefert werden, aber auch von gelaufenen Kundenstücken. Seit 2020 haben wir ein Flächengewichtsmesssystem in der Schweiz an unserem Standort, dort ebenfalls an einer Vornadelmaschine, um das Flächengewicht an den Produktionsanlagen zu messen, bereits bei der Herstellung der Fließstoffe. Seit Ende letzten Jahres haben wir dann hier am Standort in Düren investiert in ein Flächengewichtsmesssystem ohne radioaktive Strahlung. Die große Herausforderung, die wir hier hatten, ist natürlich die Dimension. Wir müssen eine Arbeitsbreite abdecken von 6 m bis zu 15,80 m, die unsere Fließstoffe haben, wenn sie die Kriminalmaschine verlassen. Wir hatten ein Problem und HAMA IMS ist die perfekte Lösung für unser Problem. Während der Installation und den dreiwöchigen Stillstand, den wir hatten an dieser Anlage, mussten einige Hindernisse bewältigt werden. Aufgrund der Platzverhältnisse musste der Auslauftisch neu konstruiert werden, installiert werden, damit das Messsystem reinpasst in diese Anlage. Wir mussten die Schneidemesse anpassen, Fundamente mussten neu erstellt werden und all dieses hat wunderbar funktioniert. Innerhalb von drei Wochen konnten wir die Anlage wieder in Betrieb nehmen. Auch nach dieser Inbetriebnahme hatten wir stets einen guten Ansprechpartner bei HAMA IMS und konnten in dem Testbetrieb noch einige Upgrades machen und die Anlage weiter zu verbessern. Um genau auf unsere Wünsche einzugehen, war das ein super Partner für uns. Auch in der Zukunft möchten wir HAMA IMS als Partner einsetzen, um weitere Anlagen umzubauen mit dem neuen Messsystem. Allein hier am Standort haben wir noch zwei Vor-Nadel-Anlagen, die in den nächsten Jahren ein neues Messsystem erhalten sollen. Aber auch an unserem Standort in Shushu in China ist es in der Zukunft geplant, weg von der radioaktiven Strahlung zu gehen. Für unsere Maschinenführer war es ebenfalls eine Herausforderung, denn sie mussten sich an ein neues Messsystem gewöhnen. Auch da wurden unsere Projektverantwortlichen von HAMA IMS geschult und konnten dieses Wissen gut weitergeben und transferieren, damit die Maschinenführer heute mit dem Messsystem umgehen können. Now, as a project manager, it's my duty to make sure that each machine is tailored to the exact needs of a customer. This includes taking mechanical measurements and making sure that the design we make fits in the production line, but also goes over the electrical needs of the machine and how the customer can prepare for that. And a very important part for us is also the the integration of the safety circuits of the machine. And we also discuss in depth what the expectations of the customer are regarding to things like user experience or how the software looks, stuff like that. So we make a custom measuring device for all our customers and for Heimbach this meant that we had to make a machine that can measure all possible material widths from less than six meters up to over 14 meters. In this instance we chose to make a machine that consists of two scanning C-frames, one on each side of the production line and each of these scanning C-frames can measure up to two meters into the production line regardless of how wide the material is that's being produced at that moment. And each of these C-frames then also sends the acquired data directly to an HMI where the operator can see the measurement values in real time and adjust the process so that their material is the right thickness or density. Additionally we also placed a static measuring head in the center of the production line and this static head uses FFT analysis to measure the periodic errors that are in the material. This way the operator of the production line has more options to check what the recurring problems with products are and change them in the production lines so that they don't appear anymore. Since it's such a large machine and it's working so closely to where operators are working all day we had to work together with the safety department of Heimbach to make sure that there were no hazards for the operators. Things we implemented here are safety integration where the e-stops are fully integrated so any emergency stop event on our machine will lead to an emergency stop event at the entire production line and vice versa so if someone presses an emergency stop further down the line or earlier in the line then our machine will stop as well. Additionally we placed fences around the machine to make sure that nobody can get in a dangerous area of the machine and lastly we also installed some safety bumpers so that if someone gets caught by the machine that the machine will automatically stop as well. Another thing that we did at Heimbach was an integration of the system with their IT infrastructure so at the end of each produced batch the machine will automatically send all the gathered data of that batch group it and put it on a server of Heimbach so that anyone can review the measurement data at any time from the comfort of their desk without having to go to the machine and this is also very important for logging the information of the of the measuring logging it on the server for quality reasons as well.